Hallo, ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Geh, ich kasse. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo? 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 Alte Hauptstrasse. Was ist das? 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 Das ist ja unglaublich. Ich habe da seinen Führerschein gewonnen. Was ist das? Hallo. Hallo. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Danke. Was ist das? Du bist gut. Hey Kasper. Das ist also ein langes Gericht. Ich freue mich. Ausohl up, dass ich mir醫 Erinnerung fidedm veo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alte Hauptstraße. 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 Alte Hauptstraße.